Ok hallo YouTube, wie weiter geht's. Eine neue Runde. Let's play. Genug davon. Jo, ich hoffe meine Mikro-Probleme haben sich etwas aufgelöst. Ihnen wohl gefallen. Und ich wollte letztes Mal in den zwei Videos, die absolut schlecht waren, die ich schon hochgeladen habe, habe ich inzwischen noch die letzte Waffe freischalten können. Die DT29, Kranix Waffe. Oh, die ist cool eigentlich, oder? Reichweite ist super gering, da muss man echt nah ran gehen. Und diesmal will ich ein bisschen weiter zocken. Und zwar, mir geht es darum, wieder die DLCs zu zocken. Eigentlich sind die hammer cool. Multiplayer. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Spiele in beliebigen Helden. Na super, das werden wir doch schaffen vielleicht. Autorip. Hat mir bisher immer am meisten gefallen, von allen DLCs. Irgendwie die Atmosphäre war cool und die engen Gänge in Jabba's Palast und sowas alles. Ich muss aber auch nochmal, auf jeden Fall. Bespin, die Wolkenstadt spielen. Egal, wir sind jetzt hier. Oh, Helden vs. Schurken. Soros Sub Pipelines. Alles geil, der Text ist klar. Jetzt sind Helden gefragt. In diesem epischen Kampf stehen sich die Helle und die Dunkle Seite gegenüber. Besiege alle Helden oder Schurken, um zu gewinnen. Ja, das machen wir doch. Okay, das ist immer noch mein erstes Let's Play sozusagen. Ich hoffe, wenn die Mikrofonaufnahme diesmal gut ist, dann ist es mein erstes richtiges Let's Play. Eigentlich nicht. Das ist eher so eine Art Folge von vielen Aufnahmen über mein typisches Zocken bei Battlefronts aus Battlefront von EA. Also so ein casual mäßiges Zocken. Was habe ich denn für Waffen dabei gehabt? Wir starten einfach mal rein. Helden vs. Schurken. Okay. Bis 5 geht das. Wer bin ich? Todesgruppe, aber was habe ich? Was für die Waffe hatten denn? Okay, alles klar. Ich bin wieder mittendrin. Das Spiel elektrisiert ziemlich gut. Was habe ich denn hier? Oh, was ist das? Ja, na klar. Also, Taste 1 ist ein Thermal-Detonator. Ich glaube, er ist so ein Schall-Emploder. Nein, ein Thermal-Emploder. Okay, Leute. Da ist ein verbessertes Geschütz. Aufpassen. Von dem ist man denn? Achso, die gehören zu Krennic, diese Leute. Diese Todesgruppe. Oh, Luke, kommt rein, Leute. Passt auf. Macht ihn kalt, bitte. Ah, ist das, dass Krennic schon weg ist? Oh, ist das 3? Nein, ich glaube, es sind 3. Ich glaube, es sind 3. Oh, fuck. Ich habe so keine Ahnung von denen. Aber ist cool. Okay, bleibt zurück, Leute. Okay, die holen wir uns. Nein! Okay, aber der ist, äh... Neen Jump ist schon, ist schon down. Alles egal. Das ist aber ein heftiges Spiel auf jeden Fall. Nur noch 43 Sekunden. Mist, jetzt bin ich ein ganz normaler Trooper. Okay, die müssen irgendwo vor mir sein. Und wenn ich ein bisschen schleiche, dann sehen die mich auch nicht. Wenn ich ein bisschen schleiche, dann sehen die mich auch nicht. Über mich? Ich habe verdammt schlechte Waffen dabei. Alle 3 Helden sind vernichtet. Juhu! Ja, ein Fehler. Ein logischer Fehler bei Battlefront. Wir haben 4 Helden und nicht 3 Helden. Egal, weiter geht's. Oh, ich darf... Wen zocke ich? Ich möchte Greedo zocken. Geschäfte Sinne, Dioxysgranate und Präzisionsschuss. Juhu! Geil. Okay, Star Wars Battlefront ist echt ein cooles Spiel. Grafik, fantastisch. Macht Spaß. Hätte ich nie gedacht, dass mir das irgendwie so viel Spaß macht. Am Anfang war ich skeptisch. Weil ich eher Star Wars Battlefront 2 von LucasArts damals gespielt habe. Und ich bin verdammt gespannt, wie die in dem neuen Star Wars Battlefront 2 von Electronic Arts, wenn die wirklich alle Episoden machen und dann auch die Druidenarmee aus den ersten 3 Episoden integrieren wollen, wie die das machten. Das ist immer ein bisschen komisch gewesen mit den Druiden. Die rannten am Ende bei LucasArts genauso gut rum und rollten sich ab wie normale... Jetzt muss ich, glaube ich, mich konzentrieren. Die normale... Äh... Clontruper zum Beispiel. Okay, 1,2 Dioxysgranate, glaube ich. Das ist doch eine gute Position für einen Greedo, oder nicht? Oh, ich höre Luke, glaube ich. Das ist nicht gut. Die Spannung steigt. Und wen hatten wir denn hier? Ich glaube, ich muss den anderen helfen, Alter. Okay, weg hier erstmal. Okay, Luke ist weg, alles klar. Juhu! Haha. Warte, habe ich da ein paar gekillt, oder was? Das muss ich mir jetzt einfach nochmal angucken. Aber gut gelaufen. Als Greedo muss man vielleicht ein bisschen mehr Stealthy und Sneaky spielen. Oh, jetzt will ich Boba Fett. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was er hat. Ich kenne die Helden alle noch gar nicht so gut. Wie geht's? Gegen Genoso, gegen Leia, gegen Luke. Ey, der kann ja doch zoomen Oh Überraschung Jawohl Alles klar, der guckt mich ab Ja, da scheint gerade irgendwas komisches passiert zu sein, deswegen mache ich mal eine kleine Pause und wir sehen uns gleich wieder Macht riesig Bock, scheiße Nochmal Boba Fett Ich hoffe ich nehme gerade auf, weiter Boba Fett ist ja richtig cool in Helden-Würste-Schurken Man muss halt die manchmal ein bisschen sneakiger spielen Training dabei und den Imperator, das bedeutet wir haben einen Todes-Truppler und Imperator-Leibwaffen Nein Wow, ich habe richtig Schaden genommen, nur vom runterfallen, Alter Kann man da rein? Komm her und hol dich Legt euch nicht mit mir an Einen Ein Chewbacca hatte bei uns, Leute Wenn die Schaden jetzt mit euch Was ist das? Jawoll, wer hat ihn gekriegt, weiß ich das, keine Ahnung. Oh, das sieht echt übel aus für die Leute, ich habe schon 6 Kills gemacht und ich glaube ich habe nur einmal einen, naja vielleicht zweimal einen normalen Typen gekillt. Imperialer Sturmzobter, alles klar, jetzt mit meinem Pack, was bestimmt nicht so gut ist, glaube ich, wir gucken mal. Boom. Ach, gelb ist die Panzerung oder was? Und 100 ist die Lebensenergie? Boah, wie kann Lea denn so ballern? Ne, wir bleiben mal bei meinem normalen Typen. Okay, gehen wir hier lang, hier sollten keine Gegner sein. Und vielleicht kann ich meinen Leuten auch ein bisschen Dinge insgeben. Oh, hier geht es nicht weiter. Aber die müssen irgendwo hier drin sein, nehme ich an. Ja, okay, Lea. Ich glaube, meine Waffen sind dafür nicht ganz gut. Zu gut geeignet gerade. Ist doch mal ein heftiger Kampf auf jeden Fall. Komm ich noch nicht hoch? Ich hoffe doch. Nein. Nein. Jetzt häng ich hier fest, oder was? Egal. Wir haben gewonnen. Na, ist vorbei. Alles klar. Dann machen wir jetzt mal einen Stopp. Ich weiß nicht, ob der aufgenommen hat, da war irgendeine Unterbrechung zwischen irgendeinem Programm, was sich öffnet und dann meine Aufnahme stoppt. Alles klar. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.